Was ist die beste nachhaltige Schülerfirma? Und mit dem Projekt Start Green at School wollen wir dazu beitragen, das zu ändern. Mehrere Schülerfirmen aus ganz Deutschland haben sich darauf beworben und in diesem Projekt allgemein versuchen wir eben Gründergeist in Form der Schülerfirma zu fördern und damit nachhaltiges Denken und Handeln bei den Schülern zu unterstützen. Mein Name ist Arvid Maywald, ich bin Mitglied der Schülerfirma Young & Fair aus Uetersen. Wir vertreiben fair gehandelte und aus Biobaumwolle produzierte Textilien. Also ich bin Martin, bin jetzt ein Jahr bei den Macadamia-Fans und ich bin 14 Jahre alt. Die Macadamia-Fans verkaufen fair gehandelte und biozertifizierte Macadamia-Nüsse von Kleinbauern aus Kenia. Das Gesamtkonstrukt, dass wir nach Berlin eingeladen wurden, gefällt uns sehr, ist eine Ehre für uns und auf jeden Fall auch irgendwo eine Belohnung für die harte Arbeit, die wir geleistet haben. Das Gesamtkonstrukt, dass wir nach Berlin haben, die wir nach Berlin haben, die wir nach Berlin haben, die wir nach Berlin haben.